die langen willst du die mitnehmen oder sammeln die langen die sammeln die nehme ich mit du kannst ja die normalen aufheben bambus stock 4 wo ist der fünfte wir brauchen aber erstmal keine lange oder hast du noch was vor ich kann die fünf stück die kann ich zerlegen ich mache das jetzt so ich sammle diese fünf stöcke hier dann kann ich ja die bambus stöcke und dann kann man immer noch mal fünf lange in die hand nehmen beim zurücklaufen die man auch wieder zerlegen kann ja kein platz mehr im rucksack guck zehn stück jetzt auch zehn mehr geht wohl nicht okay dann habe ich noch mal um hier ist noch so ein busch hier bambus stöcke fünf wo sind jetzt die langen jahres los und das ist alles kleine oh nein was hast du bienen hilft auch die fackel ja ich habe schon schon mal eine honigwabe aufgehoben jetzt habe ich wieder eine die bringen aber nur 25 kohlenhydrate also jetzt nicht so was jetzt habe ich habe mich eine schlange gebissen aber ich sehe hier millionen vögel in der luft das hat mich viel mehr irritiert tabak verband hast du gedacht die vögel habe ich angekackt ja du musst mal in den himmel gucken der ganze himmel war voller vögel ich bin nicht bei dir bist du an der base ja ich glaube aber dass es kein gutes zeichen ist wenn vögel kommen ja warum ach ich hätte den funk ihren verband nehmen sollen der hätte mir doch die ganze vergiftung weggenommen glaube ich warum sagst du denn dass vögel kein gutes zeichen sind ja vielleicht fliegen die weg wenn irgendwie ein jago unterwegs ist oder so guck überall schatten der ganze himmel ist voller vögel so wo sind jetzt meine bambus stöcke man wo ist die schlange die mich gebissen hat bist du den selben weg zurück wie ich da ist die schlange ich sehe die schlange aber was viele seile bananenblatte die hat mich doch hier vor der base gedroppt ne die noch da ja klar verdammte schlange wo sind jetzt meine fünf bambus stöcke habe nur zwei wieder gefunden aber wir können nur vier fleisch aufhängen so ich nehme an also ich hänge die mal einfach jetzt rein ich bin gar nicht bei der base ja sag ich doch du bist nicht hier oh Gott hast du es geschafft ich bin hier am mauerwerk lang gelaufen du hast dich vielleicht einmal zu viel gedreht so fleisch liegt drauf jetzt brauchen wir natürlich feuer ne ich brauch deine hilfe meine hilfe von uns äh 5023 falls du das meinst oh Gott 51 50 26 53 sind wir auf jeden fall alles nepp da rein cool ok verstehe dann snap mal rein da dinge ok brauchen natürlich noch ähm 52 lauf falsch und sowas kann ich hier was rausnehmen hineinstecken erweitern drei nehmen cool nehmen das ist praktisch so und wir brauchen steine falls du ein stein siehst nimm mit hä kleiner stock kleiner stock ok dann können wir die doch sammeln ne das geht doch auch zerstören essen nehmen 50 23 achso ne süden 23 ich bin bei 26 das heißt ich muss Richtung Norden laufen so stock 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 kleiner stock noch stock was habe ich denn jetzt weggeworfen man auch noch mal stöcker da einnehmen ja ich sehe nichts da muss ich Richtung Norden laufen oh gott ich fall gleich in ohnmacht man wo bist du keine ahnung ich sag ja ich brauch deine hilfe warte mal sag mir deine koordinaten 51 25 51 25 ähm so jetzt ich der navigator weiß 51 25 wo ist die map 51 24 lauf hier an so im wasser ist das ich glaube ich bin ganz in der nähe bei der base ich bin in ohnmacht gefallen lauf mal zum fluss zum see zu unserem see ja ähm moment 44 meter entfernt zum see ich lauf zum see rechts vom see oben ah da liegst du gott sei dank ich komme ich bin immer noch vergiftet oh shit warte also vergiftet nicht aber fieber habe ich immer noch ja ich weck dich schon auf warte hilfe zack ach gott hast du schon fast geschafft wo bist du denn da hingelaufen alter ja ich war eigentlich auf dem weg zur base zurück aber ich bin irgendwo anders lang gelaufen und kein wunder warum dann auf einmal eine schlange da war ich habe bestimmt von den vögeln ablenken lassen einfach ne hä wo ist denn die base nach hinterm see ja da bin ich doch gerade lang gelaufen irgendwie hast du es heute hier hoch wo bist du denn ach da na hier einfach gerade auf hä alter ist da eigentlich mein fad mich zu verlaufen musst du unbedingt schlafen ich verliere leben was habe ich denn oh durch das fieber habe ich so viel energie verloren ich brauche noch stöcker leute ey ich sterbe hier gleich merke ich wieder also sterben nicht aber ich muss mir auch mal untersuchen ich bin nur am bauen ich vergesse mich voll leute wie sagt der denn nix wir brauchen auf jeden fall ein feuerchen hier gleich ja wir brauchen unbedingt zwei betten ey dieses ich muss echt sagen beim solo play hat es schlafen richtig spaß gemacht ich finde das dauert gar nicht so lange doch das dauert ja normalerweise dauert das paar sekunden ja ich weiß es gibt noch schneller aber finde ich jetzt nicht so dramatisch wir brauchen jetzt noch steine das fleisch wird gleich schlecht spür ich dir ich muss mir erstmal was braten hier sonst wird das hier gar nichts mehr so erstmal hier ein paar stöcker rein noch guck mal ich bin zur base gelaufen weil ich das gestell fertig machen wollte ne jetzt schon längst fertig ja wir brauchen noch aber steine jetzt ganz dringend sonst kann man verbranntes fleisch ja da ist was verbrannt auf jeden fall wieso kannst du das feuer doch so an hast du du hast gleich ein großes lagerfeuer gemacht keine ahnung ich habe ein feuer gemacht du kannst auch ohne steine machen ja jetzt habe ich schon geplaced haben wir steine also am fluss am see waren auf jeden fall steine immer da schaue ich sofort aber ich muss kurz was essen ich habe nämlich schon leben sehr wenig also nicht sehr wenig aber die hälfte leben schon verloren ich nehme jetzt ein fleisch hier runter dann droppen wir das hier drauf ich muss fleisch essen ja ich habe hier verkohltes fleisch gehabt ne kannst du auch eine knochensuppe machen haben wir gar nicht gesehen dass du da fleisch gemacht hattest alles gut also untersuch dich jetzt mal kollege was hast du denn du was was wo drückt der schuh denn hegel scheinlich was kann man wohl mit der honigwabe machen das wird mich auch mal interessieren wahrscheinlich kann man das gut auf wunden schmieren oder wenn du mal an seven days denkst da war das ein antibiotikum ja hier bringt es nur kohlenhydrate wenn man es ist aber man kann das her man kann auf herstellen drücken weißt du das ist doch schon besser aus jetzt noch das fleisch hinterher und dann geht es mir doch schon einigermaßen gut klingt mal was kollege ist ein aufpäppeln er vom bauen fast gestorben was haben wir hier bambustöcke kann man da nicht machen das hat um die daneben so ich könnte ja auch fleisch gebrauchen ja dann müssen wir es halt vor dem räucherständer runternehmen und dann essen ist halt so müssen wir neues holen für räucherständer leider nicht geschafft an den steinen ist es dann gescheitert nimmst du ruhig runter da liegen noch zwei oder drei drauf und dann kannst du dir süppchen machen oder was auch immer ich esse das gebratene jetzt hier und dann geht es mir gut eigentlich dann habe ich wieder volles leben dann muss ich schlafen so essen krokodilfleisch ja das gibt doch eine menge noch nicht ganz satt mit fleisch aber das reicht definitiv erstmal hier liegen drei drauf siehst du so steine ich muss sagen anfangs hat mich das nicht genervt aber es war sehr anstrengend dieses green hell da was da was da was jetzt jetzt genieße ich das ja so hier gab es auch mal steine und auch mal wie lange ich habe jetzt gerade mein kaffee ausgetrunken 20 sekunden ausgeschlafen finde ich jetzt okay so dann gehe ich mal zum fluss ich habe mir letztes mal gemerkt dass das dann in die steine gibt direkt kann ich mal ein bisschen sperrfischen ja ab und zu spawnen hier auch direkt neben der base welche aber da sind wohl keine neuen gekommen ich habe es mir da hinten gemerkt da oben aber hier da ist sie funk hier wieder hier ist mir ganz unbekannt also die mit den weißen rand sehr Rosenblüte kannst du daraus was machen ich habe hier sehr Rosenblüten ach das Messer kann man nur dahin machen ist jetzt auch egal wie bitte sehr Rosenblüte weißt du was darüber zufällig ne aber kann man bestimmt auch irgendwas mit machen also man kann mit so vielen Pflanzen die irgendwie anders aussehen die haben alle irgendeine bestimmte Funktion das hat man vorher gar nicht gedacht weil wenn du drauf klickst steht ja immer nur zerlegen ne aber wenn du die äh wenn du ein Verband hast zum Beispiel kannst du mit vielen Pflanzen Verbände daraus machen du kannst sie in eine Suppe hauen dann haben sie auch irgendwelche bestimmten wirkungen muss man einfach probieren ne ja ich habe einen Stein gefunden ja ich habe auch einen so zack kann also immer nur vier Sachen räuchern haben macht sogar Sinn noch einen zweiten hinzustellen ne eigentlich räucherwaren halten sich ja ewig ne wie gesagt es gibt auch noch das trockengestell hundertprozentig ja ok ich bin jetzt nicht bekannt aber dann finden wir es wenn es eins gibt dann finden wir es da großer Stein zack die Sache hier am Fluss ist immer coole Stein Stein Area jo da 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 so großer Stein fehlt noch ein großer Stein ich glaube zwei kleine wie ich das hier sehe hast du einen großen dabei ja ja gut dann kann ich den nächsten zerlegen ne auch guck mal hier liegt ein ein äh Vogel den nehmen wir doch gleich mal mit sammeln ja schön warte mal Steine haben wir doch bestimmt mal hier hoch hier wird bestimmt auch irgendwo einer liegen Lianen habe ich alle aufgebraucht ne brauche ich auch wieder neu guck mal Tabakblüten getrocknet Tabakblüten getrocknet wir haben jede menge Tabakblüten wir können eine ganze menge Tabak anpflanzen mega jetzt könnten wir noch Setzkästen bauen ne ah wir könnten alles erstmal betten Priorität betten ja betten 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 wieso ist jetzt hier kein Stein mehr das ist ernüchternd gerade ah da ist er sammeln also Steinchen Stein Speer hast du noch gesagt ne schaue ich gleich mal ich guck mal direkt noch ob ich ein zwei Fische mitnehmen kann wenn ich schon mal hier bin ist mein Bidon voll eigentlich Bidon Bidon ja so eine Angel würde ich gerne einen Baum nicht so chillig hier hinstand und angeln dann sammle ich schon mal Lehm wa Feuerchen ist da räucherst du schon ne fehlt nur ein Stein du wolltest ja nur eins zerlegen ne ah ja habe ich schon ok bring ich dann gleich mit Fisch ach scheiß drauf gibt es jetzt kein Fisch so gucken ob ich noch Feuer machen kann Blut erforderlich mach dir bau dir doch eine Fackel und pack sie dir in den Rucksack ja aber ich habe nie einen Platz für eine Fackel so so wie sieht es um uns aus gelb rot ok ähm ich feier voll diesen Stockhalter ich feier voll diesen Stockhalter so warte mal habe ich überhaupt diesen Handbohrer Zeug Handbohrer und Glut hätte ich Vogelnest Gucken ob das so geht ne doch doch so war das doch ne ähm benutzen genau und da muss jetzt das Vogel ne genau und dann kommt die Glut da ich habe Feuer gemacht und bitte die Glut anzünden sehr schön so es räuchert Leute er hat Feuer gemacht ja man ich bin am räuchern ich bin wieder ganz in meinem Geschäft sehr gut freut mich was haben wir denn hier lange Stöcker für die Schmiede und Lehm ich hole erstmal mit dir Lehm hast genug Lehm alleine geschleppt glaube ich Lehm ist fertig ach ok ich geh zurück pass auf Kollege was hast du jetzt gelb rot rot können wir uns gleich was geräuchertes essen erstmal hier trinken Lehm ist fertig so kannst Lehm an die hier Dings an die an die Lehm klatschen yes der dauert noch ein bisschen kann man nur eintragen ja ja ok cool erstmal dass ich Lehm mache also anbringe gemacht habe ich ja schon man kann sich vorstellen wie lange die Wände gedauert haben da muss ich immer wir sind gerade zu zweit ja zu zweit geht es ganz cool so schon mal fertig ich hab noch einen warte mal den nächsten Flusslehm der geht auf mich alles klar Egel geistige Gesundheit minus 4 was ich geh mal kurz ans Feuer ich wollte auch nach dem Räucherfleisch gucken aber das dauert eine ganze Weile noch wo sind die Egel da wo sind die Egel weg sind sie ich hab glaube ich auch Egel wie es aussieht ok die drei Steine kannst du machen dann hol ich schon mal Flusslehm jo dann zeichne ich schon mal die nächste Etage an ja klar ähm warte guck mal kurz hier auf die Lupe wo nervt es ein bisschen an der Beine wieder ne ähm ich will mal kurz was ausprobieren ja es funktioniert ich weiß nicht ob das eine gute Idee ist was hältst du davon wenn wir als zweite Etage Bambusrahmen machen dann müssen wir nicht lange Stöcke suchen dann holen wir uns einfach die langen Bambusstöcke du von mir aus klar wieso nicht ich glaub das geht schneller ja ich glaub das geht einfach schneller dann wie das bei uns aussieht da jetzt ein den kann man noch nicht ansnappen ich hoffe dass man den danach ansnappen kann warte sonst mach ich den erstmal weg und mach erstmal den auf der anderen Seite weil der ist ja wichtiger weil hier ist ja die Leiter ne guck mal äh wie krieg ich den weg da Kuh halten jetzt dann machen wir erstmal die Seite mach mal was anderes ähm ich komm jetzt zurück zur Base oh letztes Mal als ich Bambus geholt hab war hab ich mich verlaufen ne ja geh mal nicht alleine los wir können ja zusammen gleich machen ich wollte fragen ob du ein kurzes Boyschen haben möchtest nö grad nicht du willst aber ne lass mich ja lass mich einmal ja einmal kurz Bambus holen naja machen und dann können wir ne kleine Pause machen machen Lehm nehmen äxte plus eins shit meine Achse ist kaputt geil ich hab noch ne Steinklinge so äh Bambus scheit ah Stand Bambo ja drei Scheite kann man tragen so jetzt nicht verlaufen von wo bin ich gekommen na du musst die Wand rechts von dir lassen ja hab ich vorhin auch gemacht dann musst du vom Weg abgekommen sein weil du warst ja hinter dem Fluss du bist also von der Wand zu sehr nach links gelaufen weil der Fluss ist dann nein ich hab die Wand genau rechts von mir gehabt das war aber ne andere Wand das war das Problem ah ok das ist auch schlecht ja Lagerfeuer Asche haben wir noch was da überhaupt ja wir haben Kohle musst du Kohle zerlegen achso Kohle sammeln dann krieg mal Lagerfeuer Asche ja ahja ok sammeln wir brauchen zwei perfekt hineinstecken so und du gießt das nicht sondern du wartest auf Regen ne ach hier kann man jetzt auch das Spiel speichern wo ja hier bitte jedes Dach was man baut kann man Spiel speichern ah ok wie ist denn hier mit Fleisch ich kann was essen boah dauert aber ziemlich lange ne Proteine kann ich auch gebrauchen ja das ist halt geräuchert ne das gibt bestimmt sehr viel ne kann ich mir vorstellen dass es sehr sehr viel gibt müssten wir hier Feuer nachzünden ne hab ich dabei was ahja hab ich also wenn du Proteine brauchst hier sind überall Knochen auf dem Boden ne kann man die so essen du kannst den Knochen ins Wasser schmeißen ach so hast du dir auch schon was gemacht bin grad dabei ok kannst du wenn du möchtest gerne ne Portion für mich reinschmeißen gleich wenn du fertig bist ja hast du ein volles Bidon ja dann füllen wir den Topf auf jo jawohl oh was los sprichst du grad ich? ich hab gehustet ingame ingame ja mein Charakter krass der hatte gesagt oh this is bad ja ich hab nämlich Wasser getrunken was aus dem Fluss kommt so hier hau dir den Topf rein ja mach ich so wollen wir einmal nochmal zusammen Bambus holen ja sofort ich bin noch dabei äh 1 2 3 4 5 wenn jeder zwei äh Scheite trägt hier meine Klinge ist fast kaputt wenn ich jetzt mir da aus der Klinge eine Steinklinge crafte dann ist sie vielleicht wieder komplett ne ja wir können los auf jeden Fall von mir aus ja danach das Päuschen ja warte mal kurz ach Lehm mischer ich muss das Zeug noch durchmischen Scheiße vergessen herstellen so Lehm ist auch schon wieder fertig ah ne ich konnte das noch nicht mischen weil es noch nicht nass war stimmt weil es richtig gemacht Steinhacke mal gucken ob die jetzt 100% hat ne hat sie nicht ok hat sich nicht gelohnt ich glaub dass äh wenn dein Handwerkskill hochgeht dann werden die extra auch äh den Kreis unten füllen immer mehr so vermute ich das ne die also meine Steinklinge war ja schon abgenutzt und ich hab gehofft wenn ich mir jetzt äh neun also aus der Steinklinge eine Steinhacke mach dass die Haltbarkeit dann wieder 100% hat ah ok ich schieb mal die Stöcker hier unterwegs auf ne so jetzt bin ich wieder hier ja ich hab irgendwas gehört bist bei mir hier beim Bambus ja ich komm gerade ok irgendein Geräusch hab ich gehört bin bei dir gut was fällst du diese Dinger hier ja wir brauchen Bambus Scheite du kannst drei Stück tragen ok eins zwei drei hab ich gut und lange Stöcker lange Bambus Stöcker haben wir die auch noch in der Base liegen ein paar rum ja weiß jetzt nicht wie viele aber acht Stück ne wie viele da liegen weiß ich nicht ja 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 jo 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 ja einen kannst du noch dran machen und dann lange wir haben hier vier ja ich habe ich da noch mitgebracht du doch auch so wasser vier hast du ja an nein und 1 2 3 4 doch habe ich dann hätten wir das auch schon mal guck mal hier als eigentlich auch geil wenn man hier so eine dächer reihe noch macht machen wir auf jeden fall dann kommt von oben kämpfen sieht cool aus ne gestalt an würde ich sagen ja aber hier müssen wir auf jeden fall jetzt gleich ein dach machen von mir aus dem blätter dach einfach und dann können wir schon mal zwei betten drunter machen dann haben wir hier so ein schlafplatz gut weil wenn wir hier liegen blätter ich kann dir direkt sagen welches du machen kannst palme oder banane hier liegen eine menge palmenblätter gut haben wir da kommen wir durch wo sind die hier ich habe nur eins aber hier sind ja genug palmenblätter die man sagt da palmenblatt hier liegen ganz viele bananenblätter naja ich habe beides hier auf jeden fall hier sind ja genug palmenblätter warte ich schlag mal den busch kaputt hier ja wir brauchen auf jeden fall hier eine wand bei der leitern weil es kann passieren dass du auf der anderen seite runter fällt ja so was ich jetzt aber mache ich speicher mal schnell macht das ich mache ich zeichne eben betten an hast du das dach fertig und das werde ich ja sehr cool so blätter bett banana lief bett was anders kann man noch gar nicht mehr oder bananenblatt bett mach mal ein banan weil hier liegen noch ganz viele bananenblätter dann haben wir die auf weg na warte bananenblätter ok mal kurz wie es sinn macht weil wir wollen ja später da hinten rüber jumpen ne gibt das so ja warte ganz andere kante so vier stück noch brauchen ja zwei haben wir noch genug bananenblätter da hinten für ein zweites oder lieber palme bananen die andere seite von der base glaube wenn wir auf der anderen seite rauslaufen habe ich auch noch blätter gedroppt dann mache ich noch ein zweites palmenblatt ja banane weiß nicht muss halt gucken was da liegt ich weiß nicht hier liegen palmenblätter die haben mich alle gestört ich habe die einfach zur seite gelegt ne da habe ich ja letzte mal gemacht vor die base geschmissen genau wo liegen sie dann hier ja ja genau müsste dann auch rein geborene oh wie viele 1 2 ich habe blätter in der hand headshot echt ja einer ist down mit einem mit einem schuss das bett fertiggestellt oh daneben der will fliehen oh noch einer oh shit hab ihn angeschossen oh er hat mich gehittet vorsicht vorsicht zwei schuss drei schuss oh dann hält der aus der haut ab vier schüsse tot nice klinge erforderlich kann ich denn meine pfeile haben bitte ja kannst du bestimmen du wenn du den zerlegst kriegst du wahrscheinlich auch seine pfeile wieder ich will den nicht zerlegen meine gesundheit und so was meinst du wo die ganzen knochen aus der base herkommen ich habe halt keine klinge ne ich habe eine willst du meine knochen klinge pfuh also mit dem bogen geht ey alter ich einmal glaube ich geht aber nichts passiert der hat mich wohl mit der faust geschlagen gott sei dank so mal gucken gönnen wir uns jetzt ein reuch aber durch die durch die rüstung guck mal ich habe federn gekriegt und knochen durch die rüstung habe ich keine verletzung ne ne ich auch nicht essen ich esse ein räucherfleisch oh ja oh und 8 energie ey 33 proteine ich hab die mal jetzt runter genommen ist in mein inventar falls du was brauchst weil ich wollte nicht dass das jetzt irgendwie schlecht wird hier oder verbrennt oder so so den kann ich dann noch drauf legen mehr fleisch habe ich leider nicht drei stücke haben uns besuchen ja ist doch schon mal schön ja bevor die die base kaputt machen ne ja klar kämpfen alter langsam fühlen wir uns ja in der lage dazu ne oh ich bin voll überladen ach menschenfleisch na gut stapel zerstören das müssen wir ja nicht essen ne ne auf keinen fall so und wo ist der dritte drei sind tot da ist er ne einer ist dir abgehauen ne ne alle drei sind tot ah geil so wie geht's mir denn hier boah perfekt geht's mir ja penne ich drehe mal da runter drauf ich hab nur haufenweise federn bekommen von den typen ja ok das möchte ich gar nicht aber keine pfeile knochen liegen hier noch jede menge rum ich hab vier pfeile geholt meine vier nee wenn du einen gegnerischen bogenschützen tötest bekommst du pfeile von ihm ach so ach so ja der hat der der eine hat mit steinen nach uns geworfen ok der eine hat mit steinen nach uns geworfen definitiv das hab ich ja gesehen der stein flog ja an mir vorbei ich denke hä wenn ich mich um und sehe wie der zum nächsten wurf aus holt der arsch ja dann haben wir die schon gekillt ja haufenweise knochen das ist perfekt das ist quasi wie getrocknetes fleisch ne die werden nicht schlecht und du kannst sie jederzeit proteine daraus machen ist richtig ja sehr sehr cool auf jeden fall so feuerchen sind nachgezündert ich lass meinen charmer hier am feuerchen stehen ladet sich lädt sich die gesundheit schön auf ich hoffe hier überrascht uns jetzt niemand ich gehe mal hier in die ecke warte mal warte mal ich will mich mal eben waschen und dann kann ich ja speichern und dann können wir kurz ne pause machen obwohl ja speichern muss ich auch ja ich speichere gleich wenn du gespeichert hast auch mal aber ich will mich halt erst waschen ja tu das mir fehlt es an gar nichts gerade weil ich hab drei menschen auseinander genommen da ist man ein bisschen schmutzig ja das stellt sich einfach nur ein bisschen an muss man ja auch an der stelle sagen ja das sind doch keine menschen alter doch ja mega ey dann lass uns mal hier überall noch gleich lehmdächer einzeichnen und alles hier fertig machen eine ganze reihe spiel speichern speicher ist gespeichert wo ist er da ist er ja ich will speichern